Frei des schönen Megaglockenschwitzend in der Sauna, geil. Echt heiß! Na, großartig. Tu etwas. Hier. Bonsai! Und na, war ich das etwa? Du bringst halt einen Mann dazu, schlimme Dinge zu tun. Komm schon, Psycho, kannst du nicht ein Auge zudrücken? Und zwäng mich nicht, die herzudrücken. Ryo, kümmere dich um Kaoi. Ich werde kämpfen. Ich sag dir was, die haben nicht mehr alle Steine auf der Schleuder. Dafür schicke ich dich auf direktem Wege in die Hölle. Mopavala!